Ja, das ist ganz wichtig, denn Präsenzzeit ist wertvolle Zeit. Es geht viel Zeit verloren dadurch, dass man Phasenwechsel hat zwischen Gruppenarbeit und Frontalphase zum Beispiel. Und es ist wie beim Fußballspielen, die spielen nicht 90 Minuten, sondern nur 75, weil ständig gepfiffen wird. Und genauso ist es in der Vorlesung, man muss aufpassen, dass man da nicht zu viel Zeit verliert. Wie kriege ich die Studierenden wieder ruhig? Zwei Maßnahmen. Die erste ist, dass ich gleich am Anfang der Vorlesung immer deutlich mache, was bedeutet Ruhe für mich. Ich komme in den Hörsaal rein und das Problem in vielen Vorlesungen ist, dass man noch mit einem gewissen Geräuschpegel anfängt zu leeren und zu arbeiten. Ich stelle mich vorne hin und warte, bis es ruhig ist. Ich schaue in die Gruppen, in die Reihen. Da hinten murmelt noch jemand, hier Mäppchen, Ratsch, Ratsch, Tisch, Klapp, Klapp und so weiter. Ich warte, bis es absolut ruhig ist. Mucksmäuschen still. Dann warte ich noch ein paar Sekunden. Und dann begrüße ich die Studierenden herzlich willkommen zu meiner Mathematikvorlesung und so weiter. Das heißt, dann ist klar, okay, das ist die Ruhe, die wir haben wollen. Und dann, wenn es um den Phasenwechsel geht, ist es wichtig, dass die Studierenden schnell in genau diesen Modus kommen. Und da habe ich mir was abgeschaut in der Grundschule. Nämlich in der Grundschule setzen LehrerInnen häufig so einen Klangstab ein, mit dem man so ein Tonsignal erzeugen kann. Und dieses Signal bedeutet jetzt alles liegen lassen und jetzt kommen wir in den Frontalmodus, in dem wir alle ruhig sein müssen. Und das übe ich mit den Studenten tatsächlich auch. Das heißt, am Anfang, in der ersten Sitzung machen wir das mal, ich ertöne, lasse den Klangstab ertönen und dann muss absolut mucksmäuschen still sein. Also murmelt mal alle, Ding, ah, hat noch nicht so ganz geklappt. Also murmelt bitte nochmal, Murmel, 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 Ding und so weiter. Also ich trainiere das mit denen. Manch einer denkt, okay, ist das jetzt nicht irgendwie Konditionierung und so weiter. Manche würden es vielleicht Konditionierung nennen, ich nenne es Ritual. Und Rituale sind wichtig. Man einigt sich darauf, dass das bedeutet, dass man wieder zur Ruhe kommt. Denn es schont die Nerven sowohl von Studierenden als auch von mir und meine Stimme und so weiter. Das heißt, dieses Ritual wird eingeführt und wenn man Bedenken hat, Klangstab, dass das komisch ankommt. Neulich hatte ich mal einen Workshop, da war ein Physiker, der sagte, mit meinen Physikern kann ich nicht so einen Klangstab machen. Die lachen mich aus, es muss kein Klangstab sein. Irgendein Geräusch, was die vielleicht auch, ich sage jetzt mal die nerdigen Physikstudierenden, ein Explosionsgeräusch oder irgendwie etwas in dieser Art, womit die sich identifizieren können, wo die sagen, ah, das ist okay, das ist jetzt unser Geräusch, das sagt uns jetzt soll Ruhe sein. Es kann auch einfach ein digitales Geräusch sein. Es kann auch helfen, eine Uhr, einen digitalen Timer an den Beamer zu werfen, der rückwärts zählt, sodass alle sehen, ah, okay, es sind noch zwei Minuten. Und dann ertönt ein digitales Signal und dann ist, aha, okay, jetzt muss ruhig sein und jetzt kommen wir gemeinsam ins Arbeiten. Und dann wird das Gleichgewicht, also wenn es um устройlich ist, wenn es um Tr trial geht, dann wird das Gleichgewicht auch ge litig novo. Vielen Dank.